vor jahren schon spielt ein mann ein spiel laszlo spielte gothic vor vielen monaten schon spielte ein anderer mann ein spiel vor ein paar monen ebenfalls endlich schlechter des plays spielte ein spiel mit einem namenlosen hell gothic vor kurzem begonnen ein paar monen her fing einmal ein spiel an zepid spielt gothic ebenso vor kurzer zeit begonnen ein mann spielt ein spiel wegfäuser spielt gothic ich kann stories um namenlose helden in einer mittelalterlichen fantasy welt nicht mehr sehen wir wollen veränderung ja veränderung denn nicht wie in gothic geht es in two words nicht darum dass wir einen gefangenen spielen nein wir sind aus familie im grünen hier das macht einen riesenunterschied wir suchen unsere schwester okay wir haben eine offene welt okay wir haben einen namenlosen helden und ox gibt es auch egal wir spielen two words in ein paar tagen auf diesem kanal okay und 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 Vielen Dank.